Tourismus für alle. Neue Marktchancen für kleine und mittlere Unternehmen. Von Dr. Peter Neumann und Dr. Kai Pagenkopf. Neumann Consult Münster. Barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von touristischer Infrastruktur und touristischen Dienstleistungen sind mittlerweile Basisanforderungen, die sich nicht mehr auf Menschen mit Behinderungen fokussieren. Vielmehr werden sie auch mit der zahlungskräftigen und reisefreudigen Gruppe der älteren Gäste verbunden, die bereits 40 Prozent des touristischen Umsatzes in Deutschland generiert. Aber nicht nur ältere Menschen und Menschen mit Mobilitäts- oder Aktivitätseinschränkungen profitieren von einer bequemen, barrierefreien touristischen Umwelt. Zum Beispiel auch Familien mit Kindern wissen komfortable Angebote zu schätzen. Die Herausforderung des Tourismus für alle besteht also darin, von bisherigen Sonderlösungen für bestimmte Gäste oder Zielgruppen wegzukommen und Lösungen zu entwickeln, die einen möglichst großen Nutzerkreis ansprechen. Da Sonderlösungen oftmals teuer sind und bei vielen Gästen auf geringe Akzeptanz stoßen, ist Tourismus für alle auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Das Angebot eines Seniorentellers im Restaurant funktioniert genauso wenig wie die Vermarktung eines Hotelzimmers mit Behindertentoilette. Eine wichtige Forderung an die touristische Infrastruktur ist, sie darf nicht stigmatisieren, sondern muss attraktiv gestaltet sein und dem Gast das Gefühl von Urlaub und Erholung vermitteln. Denn Entspannung, keinen Stress haben und Abstand zum Alltag gewinnen sind die wichtigsten Reisemotive der allermeisten Gäste, egal welchen Alters, ob mit oder ohne Behinderung. Ein geräumiges Hotelzimmer, das eine hochwertige Ausstattung im Sanitär wie auch im Wohnbereich aufweist und zudem schwellenfrei ist, spricht sowohl Nutzer eines Rollstuhls, Rollators oder Kinderwagens wie auch alle anderen Kundengruppen positiv an. Für den Wohlfühlfaktor insgesamt ist neben der baulichen Seite auch die Servicequalität von großer Bedeutung. Wie wird eine angemessene Servicequalität erreicht? Die heutigen deutschen Touristen und insbesondere die der älteren Generation können Serviceleistungen ihres Deutschlandurlaubs mit denen viele andere Länder vergleichen. Nicht immer fällt dieser Vergleich positiv aus. Tourismus für alle muss dem Gast einen individuellen Service bieten, der auf seine jeweiligen Bedürfnisse und Wünsche eingeht. Für die Leistungsträger bedeutet das ein verstärktes Bemühen um die Professionalisierung der Servicekräfte. Dazu bedarf es der permanenten Weiterbildung und Qualitätskontrolle, wie sie zum Beispiel im Service-Coup Deutschland oder in speziellen Schulungen zum Tourismus für alle vermittelt werden. Was gilt es beim Marketing zu berücksichtigen? Die besten Angebote nützen nichts, wenn der Gast nicht von ihnen erfährt. Von herausragender Bedeutung, sowohl für den einzelnen Leistungsträger als auch für die Urlaubsregion, ist daher ein schlagkräftiges Außenmarketing. Dabei gilt es, diejenigen Themen zu besetzen und zu kommunizieren, die für den Gast den eigentlichen Reiseanlass darstellen. Barrierefreiheit selbst ist dabei in den wenigsten Fällen der Grund für eine Urlaubsentscheidung. Vielmehr müssen die Qualitäts- und Servicemerkmale des Tourismus für alle in die bestehenden Urlaubsangebote integriert und entsprechend kommuniziert werden, und zwar in allen Bereichen der touristischen Servicekette. Fazit Es sind drei wesentliche Handlungsfelder, die den Tourismus für alle ausmachen. Erstens Komfortable und barrierefreie Infrastruktur mit hoher Funktionalität und Gestaltqualität für möglichst alle Gästegruppen. Zweitens Individueller, hochwertiger Service, der begeistert. Drittens Effektives und attraktives Marketing. Kleine und mittlere Unternehmen, die sich an diesen Handlungsfeldern orientieren, werden ihre unternehmerische Kompetenz erhöhen und sich neue Marktschancen erschließen. Zweitens 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 Zweitens